Jaja, Predators haben halt doch ein großes Herz. Wenn es um ihre eigene Art geht, aber ansonsten... Näh. Und das können ja nur Aliens sein. Oder Chuck Norris. Ich hoffe, es ist ein Alien. Aber, ja, dazu sag ich jetzt mal nichts. Ah, wo sind sie denn? Ich hätte ihn noch greifen können. Ich geb's zu. Wollt diese Dildo-Blumen. Schlimm. Hehehe. Lustig. Und der Gas... Die Gas mischt mich schon wieder total an. Das war schon wieder voll für ein A. A. Oh, ich fahr runter. Super. Jetzt kann jeder von allen Seiten angeln. Wenn er sich doch ein 5.1 Headset mal lohnt. Ist ja nur rausgerissen. Na, wo ist er? Na? 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 Und ich glaube, es hört auch gar nicht mehr auf, dass mir immer angezeigt wird, was ich drücken muss. Das finde ich schon ein bisschen... Na ja... Naja... Nervig. Aber es geht. Ich kann's überlegen. Ich bin ja... Ich bin ja gut, ne? Ha. Ha 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 ha. Mann, war das wieder lustig von mir. Ich reiße die Witze wieder auf wie ein Päckchen Vanillezucker. Was sagt dir mein Pfeil, wo ich hin muss? Irgendwann dahin. Wo lockt mich mein Pfeil schon wieder hin? Dahin? Hier ist doch gar nichts. Da ist auch nix. Naja, ich hüpfe mal im Kreis. Das macht dem Predator so viel Spaß. Ah. Da oben? Nee, da hinten. Ist irgendwas. Und das erforsche ich jetzt, weil ich bin Predator. Ich bin Indiana Jones Predator. Warum ich heute so viel über Indiana Jones labere, weiß ich selber nicht. Es ist halt einfach cool, ne? Außer der neuesten Teil, der ist schwul. Naja. Die haben erstmal genügend. Die haben Probleme mit dem... Au. Ah. Scheiße. Mann. Ich dachte, der kommt von da. Deswegen hab ich nach da geschaut. Schirrf halt hoch. Hörp hoch. Oh Gott. Vorher wollte ich irgendwas sagen. Ich hab's wieder vergessen. Ich werd andauernd unterbrochen von dieser bescheuerten Computerstelle. Küsst meine Hand. Ich bin Papst. Nee, da muss man den Ring küssen. Naja, egal. Alles das gleiche. Wo sind noch Feinde? Ich seh' eigentlich gar keine. Jetzt hab ich wieder zwei gesehen. Du gehst jetzt mal da hin. Oh Gott. Wo sind da hin? Wo sind denn? Wer ist da nicht? Wille Geport willst du da nicht haben? Wirkst du da nicht haben? Gott mein Deutsch ist schon wieder so im Eimer Oh mit Blut geschrieben Ne, nicht wirklich, aber wär cool Warum sollten die Menschen deswegen Blut schreien? Das gebe ja gar keinen Sinn Aber seit wann gibt dieses Spiel einen Sinn? Juju ich fahre mit dem Juju Zug Fahr los Oh, ein grelles Licht Woher kommt das? Ah, von dem hat's wurscht Nee, hinter dir, Knopf Papier Aber wie er mich angeschaut hat Süßes, süßer Hundeblick Hüpft doch Boah So'n Arrrr Warum kann ich ja jetzt nicht mehr rüberhüpfen? Der Predator ist schwul, der kann ja nicht mehr rüberhüpfen Da hüpft halt Gott Stimmt Ja, was ich ganz vergessen habe zu sagen Wahrscheinlich ist euch schon aufgefallen, aber genau dieses Level gibt's auch schon in der Alien Kampagne Und das ist wirklich mit Absicht so gemacht, dass sich quasi die Storys überschneiden Also die Schauplätze überschneiden sich Wo man als Alien war, da kommt man auch als Predator hin und als Marine hin Es gibt also eigentlich in den verschiedenen Kampagnen nie etwas wirklich Neues zu sehen Aber Seinmal juckt mich das Kann ich die nicht ablenken? Ah, jetzt fände ich sie ablenken So, der geht schon von alleine dahin Alter, der hat mir ganz schön zugesetzt Und das hasse ich immer, wenn ich nie weiß, wo der Gegner ist und ich immer Jahre suchen muss Putschi, wo bist du? Putschi, Schatzi Hallo? Oh, aua, aua, aua Mann, wo ist denn der? Ich war mir so sicher, dass da noch einer da ist Ah, da hinten Das war... Das ist eines der miesesten... Kills 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 Müsst meine Aussprache verbessern Sonst versteht man mich nicht Ich muss mir auch immer ein neues Mikro kaufen, Leute Das mag ich erst, wenn ich ein paar Abonnenten habe So, wie setze ich jetzt diese dämlichen Scherben ein? Ich weiß es nicht mehr Auf X Auf G Auf T Z ist Zoom, das weiß ich noch F ist es noch Setze ich die Scherben ein Mit... Epsilon X C Mit... Oh mein Gott Ich kann mir nichts merken Mit... Haha Abi Haha, bin ich schon wieder verarscht Die Spieleentwickler Der Paket Dienst Paket Oh mein Gott, diese Pakete sind aus Blei Ich kann sie nicht bewegen Die sind so steinhart Was ist das? Ich habe es zuerst für ein Telefon gehalten Ahja, Mist, ich muss den ja... Ich darf den ja nicht so aus dem Kontext erledigen Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht Ich bin so schlecht Komm, geh dich wieder um Hier ist nix, das war bloß... Ja genau Geh dich um? Turn around Um es in Englisch zu sagen Vielleicht verstehst du es ja besser Geh weg Bzzz Bzzz Hin fort Weichen von diesem Platz Mann du... Arsch mit Ohren Gott sei Dank Jetzt wird's cool Weil jetzt muss ich nämlich den Kopf sammeln Ihr habt's richtig gehört Ich muss den Kopf von diesen Hans Wurschteln Sammeln Ich muss den Kopf sammeln Ich meine... Hallo Hallo Man kann Ü-Eier Figuren sammeln Oder... Wenn man reich ist, kann man Porsche sammeln Aber... Wenn man krank ist, kann man auch Köpfe sammeln So... Und du kommst schon mal in meine Sammlung Oh, da war noch eine Wache Was stehst du noch mit dem Rücken zu mir? Oh, dein Helm ist dir runtergeflohen Das wollte ich nicht Die haben auch so eckige Beine mit so... Zähnchen dran Cool Fühlen sie sich... Sind sie ganz die Harten, ne? Ich kann leider nur drei Scherben aufnehmen Aber Scherben bringen ja Glück Oh, Mist Huppala Hab ich den Bildschirm umgeworfen Geht kaputt Eine Xbox Das sieht echt aus Ne, das sah aber von hier aus wie eine Xbox Ein bisschen Und ich kann auch noch da oben hüpfen So... Hier zeigt sich mal wieder der Tech-Freak So geht der Computer aus Und so geht nur ein Windows-Computer aus Ich mein natürlich Microsoft-Computer, aber... Genau den Raum hatten wir ja auch schon mit dem Alien Und jetzt kommen nämlich jetzt auch die Aliens mal wieder Und ich weiß nie ob dann endlich viele kommen Das regt mich so auf Weil ich kämpfe da immer Zwei Milliarden Jahre Weil ich es hasse, wenn die dann von hinten kommen Ja, das mag ich nicht Weil von hinten, da schrecke ich mich immer, wenn die von hinten kommen Ja, ich höre schon wieder welche Ich weiß nicht wo sie sind Da oben ist er Ja, Putzi Ja, ich weiß nicht wo ich laufen muss Aha Also ich darf ihn verlassen Ah, da hinten muss ich hin Oh, da sind gleich zwei Oh, die sieht so cool aus Oh, ich kratze mich mal kurz am Auge Gut, das suche ich jetzt wenig Gut, das suche ich jetzt wenig Ähm, Git, Fail Ja Nette Mönchfrisur hat er da Jum Jum